Die Verstandertochter ist John G.U. aus der Türkei von Christian Torodos, A.L.Golm. Sabine Reimers, Mortensen ist die Besitzerin und Manise Mortensen ist die Besitzerin. Wie sieht das aus? Ich meine, da sind auch häufig die Eltern mitgefragt, wenn die reizvoll ambitioniert sind, da auch mal Korrektur zu reiten. Das ist ja bei der Konstitution, die Connies heutzutage mitgelegt. Ich sage mal, eine normal gewachsene Frau mit normalem Körper, ist das ja auch eigentlich gar kein Problem, sie da drauf zu setzen. Und dann halt einfach auch nochmal so ein Conny, was vielleicht ein bisschen sehr selbstbewusst ist, immer wieder so ein bisschen in die Schranken zu weifeln. in Alto Passe von Christian Torodos So, die beiden haben jetzt gerade ihre Runde beendet. Da rösten wir mal die Morte drin. Und da oben sitzen sie. Die Juroren, ich darf nur ganz kurz einmal sagen, wen sie da gezogen haben. Oder vielleicht auch nicht. Der Helmut Hahn, der hier verauert. Und Hans Walmeier. Und das ist das Schöne eigentlich auch.